ach du scheiße der arme bursche wir nehmen wir noch mit wo ist andere gelandet was geht youtube heute habe ich mal mein absolutes favorite loadout aktuell auf rebirth island für euch und zwar geht es wieder einmal um die mp40 aber dieses mal zusammen mit der swiss für alle die meine livestreams aktiv schauen wissen ja dass ich gerne mps mit einer overkill sniper spiel in den meisten fällen ist es dann auch die swiss auf jeden fall da die mp40 absolutes mit und close range bist es ist in der kombination mit der swiss für long range absolut geisteskrank auf rebirth island die klassen seht ihr gerade im hintergrund eingeblendet baut ihr euch gerne so nach ich weiß ich habe schon vor einigen tagen ein video zu mp40 hochgeladen und da ist die hier auf jeden fall auch ein bisschen anders gebaut aber beide varianten sind auf jeden fall möglich die mp40 aus den ersten video ist auf jeden fall noch ein bisschen mehr für die ich sag mal wirkliche close range gedacht und die in diesem video ist auch noch sehr gut für mit bis vielleicht sogar auch long range ich habe jetzt im hintergrund für euch noch mal ein 20 kill gameplay war auf jeden fall eine richtig nice runde ich schätze ich wieder so zusammen dass es nicht langweilig wird deswegen schaut euch das video unbedingt bis zu ende an und lasst wie immer gerne ein like da unten kostlosen abo und auch zukünftig nichts mehr zu verpassen und unbedingt ein kommentar für den algorithmus wir sind gerade dabei den youtube kanal wieder so ein bisschen wieder zu beleben freut mich auf jeden fall dass die letzten videos bei euch allen so gut ankommen jetzt würde ich sagen haben wir genug geredet und viel spaß mit dem gameplay muss das schon wieder mies krümel ich erkennt ihr das chat hat ein krümel vom maus pad es fühlt sich an wie ein berg i got you oh nein oh die snipe das ist es chat sag es euch kubi hast du vielleicht zu wenig kanalpunkte oh let's go nein bro ui versuch müssen wir es erwarten nice oh ne ach bruder das war es ne ok vielleicht nicht gerade corona hab haaa wo wäre er denn hin und das zu unten let's gooo der arme die haben wir den noch geholt ganz schnell wieder weg oh nein da kommt noch oh ich hör mal ja ach nein mg 42 movement ist bis meter krass let's gooo ach du scheiße der arme bursche ich glaub zu dem bremen muss jetzt nix sagen oder chat ich hab 10k chat mal ganz schnell ja nein bro er war cracked und ich gebe ihm noch einen hit team existiert ja auch noch ja die soll es auch noch geben oh mein gott imagine das wäre ein one shot gewesen chat ey dieser keck da oben ne jetzt jungen also sowas ich hab keinen platz schuss verkauf es ist so dumm ich ich ihr habt es gesehen ich war drin im shop und ich hab auch schon gekauft und es ging nicht wo ist der andere gelandet nein ist doch gar nicht das will ich mal deine meinung hören weil du neu bist marius ja ich passt auf 5kopf move macht's gut jungs nein 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 oh oh ohne das let's go jungs das war ne nice runde ggs ggs gs 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 gs